Auf unserem Campus als internationale Schule erwartet Sie eine neue und spannende Arbeitserfahrung im Ausland. Herzlich Willkommen auf dem Campus der Rahn-Schule Kairo. Ich bin schon seit vier Jahren in der Rahn-Schule, in der Kita. Wir arbeiten nicht nur im Klassenzimmer, wir arbeiten auch zum Beispiel in der Rahn-Schule. Zum Beispiel bei Ausflüge, wenn es passend zum Thema ist. Die Sicherheit der Kinder steht an erster Stelle, weil wir wie eine Familie sind. Wir arbeiten mit verschiedenen Nationalitäten, kulturellem Hintergrund. Respekt und Toleranz sind für uns das A und O. Die Rahn-Schule Kairo sind eine anerkannte internationale IB-Schule. Wir stehen für International Mindness und die Begegnung verschiedener Kulturen, wie Sie sehen, die ägyptische und die deutsche Kultur. Als Quereinsteiger habe ich hier gut Fuß gefasst und die Arbeit macht mir super viel Spaß. Als ich vor vier Jahren so ganz alleine nach Ägypten kam, war ich schon ziemlich aufgeregt, was mich hier in einem kulturell so unterschiedlichen Land erwarten würde. Ich habe dann schnell festgestellt, dass eigene Ideen und die Initiative sehr gut ankommen an unserer Schule. Die Rahn-Schule in Kairo folgen dem deutschen Bildungssystem wie an unserem Standort in Neuzelle. Wir sind eine neue deutsche Schule in Ägypten seit acht Jahren und bieten unseren Schülern das deutsche Abitur durch die Zusammenarbeit mit unserem Gymnasium in Neuzelle und das gemischte Sprachige International Baccalaureate in Ägypten. At Rahn-Schule in Kairo, our students are offered the International Baccalaureate in grade 11 and 12. The International Baccalaureate is a very unique system. That is why the International Baccalaureate Organization offers professional development for the IB teachers. Our school believes that the professional development is very important to ensure the application of the IB system and its philosophy. In Rahn-Schule in Kairo lernen wir die deutsche Kultur kennen, besonders durch den Schüleraustausch mit Leipzig. Wir haben digitale Tafeln und gute Ausstattung im IB-Bereich. Wir haben einige IB-Räume, die wir selbst mitgestalten dürfen. Unser Team besteht aus vielen jungen Kollegen, die alle an dem Schulentwicklungsprozess beteiligt werden. Wir unterstützen unsere Kollegen regelmäßig durch Fortbildungen und Weiterbildungen für die Quereinsteiger. Kommen Sie nach Ägypten! Kommen Sie nach Ägypten! Kommen Sie nach Ägypten! Kommen Sie nach Ägypten! Kommen Sie nach Ägypten!